also wirklich schwarzwälder kirchstotte mitten in alanja das gibt's doch so ihr seid nicht mit drauf auch nicht im spiegel ich bin so fett geworden schon ein bisschen heute schwarzwälder kirchstotte mitten hier in alanja ihr kennt den laden da habe ich schon oft videos gemacht schon vor jahren und ist mit der beste land was hast du gesagt beste ja da muss ich ihr recht geben vor allem schwarzwälder kirchstotte ich weiß nirgendwo ja sehr gut ja von uns mal liebe grüße lasst euch gut gehen bis zum nächsten video